hallo und herzlich willkommen zurück zu sticks wieder mit rene hallo so wir sind bei mission 4 ich weiß gar nicht ob wir das ich das jetzt schon mal gesagt hatte ist egal ich weiß gar nicht was in der letzten mission dran war ich weiß es gar nicht mehr wir haben diesen einen typen der uns verarscht hat diesen elfen da haben werden hüllt und hüttet nicht getötet das ist ein neues profil adani diplomatie den da muss ich nehmen weil ich hab mal aus spaß ein bisschen angefangen pro log auf doppel und auch schwer oder so sind dann irgendwo zu töten war schon witzigermaßen zwischendurch so einen schnell speichern zu machen wenn man mal ein bisschen weiter war ganz nett also wir spielen das ja im hardcore easy modus wenn man das zu zweit macht also wenn man das koop spielt spielt man das ja automatisch auf der schwester spielstufe das rin ist beigetreten so jetzt warte ich noch mal dass du hier aus spawns wir brauchen ja eh nicht viel weil wir ja eh nicht töten also ja bei mir redet meiner Achso, wir haben denen das Quartz-Ding da geklaut. Ja. Ist dein eigentlich grün? Nein. Okay. Meiner ist grau. Okay. Alles klar, da wollte ich gar nicht wissen. So, wo geht's los? Wo müssen wir denn? Da unten, Alter. Jo. Da bin ich durchgestorben. Okay, man verliert ein bisschen Leben. Warte, der redet noch. Fertig. Egi. Ist egal, könnte man lesen. Mission 4. In der Tiefe verboren. Die Minen. Ach du Scheiße. Das erinnert mich gerade so ein bisschen noch dran. Guck mal, da bin ich, der Stein. Oh, Mann. Ah, Alter, das sieht so aus, als würden wir da jetzt tausendmal runterfallen und direkt tot. Das hier. Ich wusste es. Freund, tschüss. Ich habe aber Glück gehabt. Oh, Half-Life. Jo, was ist das? Wir haben gleich wieder gar kein Leben mehr, Alter. Jo. Komm. Ah, ich darf wieder erscheinen. Ja, hau dich raus. Ich schläge ein bisschen vielleicht wieder. Ach du Scheiße, das ist das. Das ist voll eklig, ja. Ach, genau, so war der Modus. Ja, hast du auch gerade wieder reingedrückt, die Taste. Ah, nicht da dran gehen. Ich bin tot. Ich habe auch ein bisschen was, glaube ich, davon abbekommen. Ach du Scheiße. Nicht an die Pflanzen gehen. Ja, ich habe es gemerkt, Mann. Ja, ich habe gedacht, die haben so schön geleuchtet. Ich habe gedacht, da kann ich Luke sammeln. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Wenn du diesen Modus bist, leuchten die so schön. Ja, ja, ich weiß. Ey, was ist denn hier los, Alter? Hier ist ja gar keiner. Ich glaube, hier ist erstmal die Mission. Aber ja, erstmal gucken, was gibt es denn so schön. Die Schnelligkeit. 15 Minuten, also schaffen wir auf jeden Fall hier. Ja, wir wissen gar nicht, wo wir hin müssen. Das kommt noch dazu. Ja, das ist das Problem. Ja, hier ist eine Riesenpflanze, die tropft. Ich gehe mal woanders lang, ne? Alter, hier sind nur so Pflanzen. Ich hoffe, wir nicht unter die Pflanzen stellen, ist Feierabend. Meinst du, wir müssen wieder nach oben? Nee, ich probiere weiter nach unten zu kommen. Okay, ich bin tot. Alles klar, wenn so Pflanzen von oben so runtersuppen, dann darfst du da nicht hingehen. Also die rotzen sich sofort tot. Ich ziehe dir erstmal die Hälfte gleich wieder ab. Du versuchst gerade den Weg nach unten. Ich konnte gerade die ganze Zeit nach oben. Dann müssen wir ja nach. Alter. Geh du mal da hoch. Da war ich, glaube ich, eben. Hier bin ich eben lang. Ich bin eben hier links reingegangen. Weil das sah gefährlich aus. Du bist eben hier hochgegangen, ne? Ich bin jetzt hochgegangen. Also entweder gehe ich jetzt da lang. Alter, bei mir hat er gerade Deja Vu gesagt. Ja, bei mir auch. Ach, scheiße, Alter. Ich glaube, das wird ganz schön witzig, hier lang. Okay, ich versuche einfach den gleichen Weg nochmal. Ich glaube, wir müssen hoch. Ja, guck mal, ich bin jetzt auf derselben Ebene wie du. Siehst du, was ich meine? Ich bin auf der anderen Seite von dir. Verdammte Scheiße. Redi, wo müssen wir hin? Du bist jetzt wieder runtergegangen. Guck mal, bei mir geht es auch noch weiter. Yo, es geht ab. Guck mal, hier hinten war ich noch nicht. Ach, da ging es auch noch lang. Okay. Yo, hier ist auf der... Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dir. Pass auf, komm mal mit. Ich zeige dir mal. Guck mal, hier kommen wir auch noch durch. Guck, hier sind jetzt diese rotzenden Pflanzen. Siehst du das? Ja, das ist... Ja, pass auf. Siehst du sein. Ah, hier musst du einfach langsam lang gehen. Easy, siehst du, du bist tot. Ja, du hast mich geblockt, man. Ja, du bist doch durchgerannt. Ich habe gesagt, du musst vorsichtig sein. Ah, wir mussten nach oben. Nee, da war ich doch richtig. Easy. Wenn irgendwelche Kinder, die nicht wüssten, wie eine Geburt aussehen, würden die denken, Geburt fängt einfach so aus, Alter. Du wirst einfach rausgekrabbeln. Ja, wir gehen so drauf, René. Das ist so tot. Ja, wir haben Gegner, die uns nicht sehen können. Nur an unseren Geräuschen. Ja. Das heißt ducken und chillen. Durchquere den Raum. Easy. Können die uns echt nicht sehen? Stotterst da eben. Ah, wenn wir auf den Moos fallen, dann hören die uns nicht. Pass auf. Das ist noch voll die lauten Geräusche gemacht, du Wichser. Ey, halt's Maul. Oh. Ja, du trotterst. Ich wusste jetzt nicht, wie die mich entdeckt haben. Ja, weil du darauf gelangt gelaufen bist, Mann. Ich hab, ja, hab ich Sound von mir gegeben. Außer, dass ich den einmal umgeworfen habe, weil ich es auch schnell unter den Tisch wurde. Ich spawn jetzt mal nicht, dass ich keine Geräusche mache. Ich spawn jetzt mal nicht, wenn ich keine Geräusche mache. Ja, du warst ja praktisch schon durch. Ja, du nichts kannst, Mann. Ja, das ist das, was ich nenne. Okay. Und wenn ich ein Masked Avenger wäre, wäre das, wo ich mein Schiff behalten würde. Ich brauche jemanden, um die Batschen zu entfernen. Vielleicht ein Butler oder ein Haledrin. Nicht, nicht schnell, nicht schnell bewegen jetzt. Wo ist denn der andere hin? Oh, nein. Oh, ich Idiot. Hab ich nicht gesehen. Bist du auch tot? Nein, ich bin zum Glück am Leben geblieben. Ich hätte geheult, wenn ich jetzt gestorben bin. Ja, ohne Witz. Ich hab die Pflanze nicht gesehen. Hast du auch mal einen Halt trank? Ja, ich hab auch was. Ja, dann spawnen jetzt, damit wir uns jeweils jetzt mal einen Halt trank einflößen. Weil sonst verreckt man wieder, als an den Pflanzen. Wie hast du das nochmal genommen? Ach so, genau. Ja, ich seh gerade. Alter, René, pass auf. Ja, die Viecher sind da dann nicht noch hinter mir her, Mann. Du bist denn da hochgekommen, ohne dass du dich gehört hast? Ich bin einfach hochgesprungen. Okay, du bist tot? Nee, nee, die sind nur voll aggressiv gerade gewesen. Ich bin einfach weitergerannt. Ach, fertigen. Konntest du was fertigen? Ja, einen Halt waren. LOL! Da ist eine Pflanze, die habe ich nicht gesehen. Pass auf. Ja, ich sehe es. Lass mich erst mal spawnen. Ja, ja. Ich warte. Oh, Junge, das Spiel ist auch... Sofort, du... Weißt, ich habe gerade aus Spaß so nochmal hier diese Ansicht da gedrückt, ne? Hm. Hast du gerade nach oben geguckt, ne? Nee, ich habe einfach nur... Und habe mich nicht gewundert, was das ist, Alter. Man kann auch rechts lang. Guck mal kurz. Ob da was liegt. Nee. Kommst da nicht durch. Da sind Fliegeviecher. Weißt du, sie sehen uns? Hast du gehört? Nee, habe ich nicht gerade... Ich habe gerade nicht auf den Text geachtet. Sie sind nicht so blind wie die Dinger. Ja, nee, das ist jetzt so eine Sache, ne? Dreht er sich da auch noch um? Der eine hat sich umgedreht. Guck, der sieht mich. Der hat mich gesehen. Yo. Yo, der folgt mir. Oh, hallo. Bleib mal ganz ruhig. Nee, ich wurde getroffen. Hier sind wieder... Alter, hier ist alles voll. Hier ist alles voll. Ja, what the fuck. Wenn du spawnst... Wir könnten auch auf der anderen Seite lang gehen. Fällt mir gerade so auf. Weißt du, was ich meine? Siehst du das? Hat der uns gehört? Ich hoffe nicht. Hier. Wollen wir auf der anderen Seite lang gehen? Das sieht wesentlich einfacher aus. Da sind nur die Krabben. Nein. Wenn der geht auf der Seite lang. Wollen wir zusammenbleiben oder einzeln laufen? Ach komm halt zu mir. Ja, ja. Klappt, Alter. Was? Wie haben die mich denn jetzt gesehen, Alter? Weiß ich nicht. Na, Gigi, als ob ich jetzt schnack... Unter dir ist auch noch einer. Jetzt wurde ich von hinten von dem Scheiß Rotzvieh weggemacht. Ich raste aus, Alter. Die Viecher sind nicht so witzig. Oh, hier kommen wir rein. Oh, hier liegt ganz viel Loot. Loot. Ich muss erst mal ausgekotzt werden. Schade. Nicht genug Material. Es ist jetzt hier so eine Sache, ne? Oh, Alter. Natürlich mussten wir auf der Seite von den Typen hier lang gehen. Ist jetzt gerade nicht so einfach. Ich nehme... Wartest du eben hier unten und ich probiere was? Was? Wartest du eben hier unten und ich probiere was, oder? Wollen wir es nicht probieren? Der läuft halt die ganze Zeit... Warte mal. Jetzt, wenn der unten unter uns wegläuft, ne? Jetzt, jetzt der Punkt. Geht ab. Du bist in der Kiste? Ich bin unter dem Tisch. Pass auf, nicht rauskommen. Nicht rauskommen, der eine Typ guckt. Nicht da rausgehen. Den siehst du jetzt noch nicht. Ich sag dir, wenn wir wieder können. Alter, wenn du unter dem Tisch bist, du hast voll... Jetzt können wir gleich. Ich warte, wenn der eine Typ jetzt rumgegangen ist. Ja, ich wollte mir überlegen, dir wegzumachen, aber dann... Hauptsache, der den Loot mitnimmt. Alles zu nennen. Wo geht's denn hier hin? Wollen wir nicht durch die Tür? Da schläft einer. Die Tür ist einfach aufgemacht. Wie, woher weißt du, dass da einer schläft? Hier unten. Alter, René. Loot. Dreh dich um. Dreh dich um, du Wichser. Komm, wir bloß nicht rein, wo ich bin. Ich muss warten, bis der eine sich umdreht. Hier, kannst du mir gefallen tun und nochmal die Tür hochkommen? Schnell, 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 Schnell. Ich bin gerade an dem, der schläft. Ich kann da nicht schnell vorbeilaufen. Schade. Wäre ultimativ geil, wenn du kurz pfeifen könntest. Ich komme gerade. Ja. Hau mal, jetzt brauchst du dich zu pfeifen. Oh, nee, nix töten. Wann soll ich pfeifen? Warte, warte, warte. Jetzt geht der eine nochmal da hoch. Und du rennst dann nochmal da runter. Weißt du? Da unten kann ich nie pfeifen. Nee, nee, du rennst, also du rennst, sobald du gepfeift hast, dass du dich irgendwo verstecken kannst. Also, jetzt laufen die beiden gleich, jetzt stehen die beiden gleich. Jetzt steht der eine da. Den musst du weglocken. Und den anderen. Warte, warte, warte. Jetzt kommt der andere noch. Drei, zwei, jetzt. Alter, du hast alle alarmiert. Renn. Renn. Du hast nur einen erwischt. Pass auf, die kommt nicht mehr mit. Doch, jetzt kommt die die Treppe runter. Okay, der eine ist schon mal weg. Die hast du schon mal weggelockt. Weißt du nicht, wie du das geschafft hast? Aber der ist weg. So, jetzt ist das so eine Sache. Wie ging das denn nochmal mit den Sachen werfen? René. Den musst du auswählen. Ich weiß nicht mehr wie. Hey, du drückst nach unten. Dann Ablenkungsgegenstand. Und dann drückst du RB. Ach, scheiße, den habe ich natürlich nicht. RB, sage ich halt, und drückst wie so ein Schwasti. Alter, was ist passiert denn da unten bei dir? Ziehen da jetzt mal die Schwerter. Bei mir rasten auf einmal alle aus. Wir müssen auch irgendwie nach oben kommen, ne? Alter, die kommen jetzt alle runtergerannt. Die kommen alle zu dir runtergerannt. Na ja, ich bin tot. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist, dass die einfach aufgewacht sind. Ah, ich stand und war noch am Leben. Lol. Ich habe das nicht geraten. Ich bin mir unsicher, ob ich hier weg kann. Ich traue mich alles nicht, Alter. Okay. Immer noch einmal Alarm ausgelöst, angeblich. Finde ich nice. Ich stehe jetzt hier echt gefährlich. Alter, jetzt kommen hier noch mehr rein. Ey, geh raus schnell, ich kann spawnen. Warte. Jetzt, da ist keiner. Also, pass auf. Der Sinn der Sache hier ist, wo bist du jetzt lang? Kannst du da außen rum? Ich weiß es nicht. Pass auf. Also, einer läuft hier die ganze Zeit im Kreis. Und der andere läuft da die Treppe hoch und runter links von mir. Ja. So. Und wir müssen, du wirst da so gesehen. Ich würde es nur gesagt haben. So, auf der kommt jetzt. Oder? Doch, jetzt kommt die. Du musst hier weg. Du musst hier weg. Du musst hier weg. Du musst hier weg. Ich gehe in den Top rein. So, auf der läuft jetzt Patrouille. Ich mache mich jetzt unsichtbar, zumal ich weiß nicht, was da hinten auf mich warte. Ich mache mich jetzt unsichtbar. Oh. Oh. Ah. Bleib bloß da unten, Junge. Ich lege die ab. Ich lege die ab. Nein, ich bin zur Not. Also, da oben warten. Zwei Stück. Aber du hast die Chance eigentlich genutzt, da? Wäre das sein? Ja. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich könnte jetzt spawnen. Aber, ja, ich kann sowieso nicht spawnen, solange du da hängst. Oh. René? Oh. Oh. Fliegevieh. Oh. 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 Von der Mittelfinger. Oh. 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 Jetzt müssen wir da nochmal durchrennen. Oh. Oh. Ich kotze ab, Alter. Oh. Die Viecher waren richtig behindert. Oh. Ich hab keine Lust mehr. Ja. Ich hab jetzt direkt spawnen müssen, Mann. Ja, ging nicht. Ach, laber nicht. Solange da hängst ging das nicht. Und als du da hoch geraten bist, wär ich auch tot gewesen. Hier sind halt halt die Viecher, ne? Ah, okay. Ich bin tot. Instant. Geil. Nice. Ich hab mich probiert an den Banner festzuhalten. Das funktioniert eindeutig nicht. Das hätt ich auch sagen können. Das hab ich auch schon mal probiert. Ähm. Willst du wieder zurück gehen und dann den Weg machen? Weil ich bin noch nicht so weit gelaufen. Oder gehst du jetzt hier mit mir? Ich gucke mal. Guck mal, wo es geht. Ach, Mann. Schon wieder tot. Ja, ich will das Spiel mal ein bisschen ausflaxen hier. Aber es funktioniert irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Sicher, dass du das machen willst? Ja, genau. Macht schon. Spawnst du mit mehr Leben. Ja, aber. Ja. Naja. Muss du wissen. Loi. Das hast du geschafft. Sich da auch festhalten. Boah Junge. War richtig knapp. So, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite, ne? Ja, jetzt sind wir genau da, wo wir eben waren. Ja. Fällst du auf? Äh. Weil unten warst du da mal drin? Nö. Warum nimmst du den Loop nicht mit? Habe ich nicht gesehen. Wo bist du jetzt? Unten. Unten drin. Ja, aber wir müssen hier halt dran vorbei. Ist halt echtes Problem. Probier das halt nochmal. Warte, stopp, stopp, stopp. Da kann ich nicht mal vorgehen. Da sieht uns was. Das Vieh. Vieh. Pass auf, René. Der geht aber immer rechts rum, ne? Nicht, dass der dich jetzt loopt. Lol. Du geiles Tier. Oder macht's halt einfach wie ich. Ich bin auch einfach dran vorbeigehen, ohne mich unsichtbar zu machen. Warte, lass mich. Ich hab noch unsichtbar machen. Ich hab die Fähigkeit noch. Ja. Dann probier mal unsichtbar da einfach dran zu gehen. Vielleicht kommen wir da einfach zu einer Katzszen und sind einfach durch. Kann ja sein. Nein, wir müssen die Tür aufmachen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Ähm. Hast du irgendwas zum Werfen? Oder ich mach den... Nee, scheiße. Wenn ich den Kobalt machen... Ich weiß halt nicht mehr, wie man das wirft. Du wählst das aus? Und drückst... Ah, jetzt. Jetzt hab ich. L1, oder? Ja. Lass die sich kurz bewegen. L1, oder? Lass die sich kurz bewegen. Ich hab mich übel erschrocken. Kannst du noch mal was werfen? Wo willst du hin? Ah, Leute, wir müssen da rüber. Mach bitte. Ach Gott sei Dank. Dwarves. Dwarves work this deep. Looks like those elves could take pretty good too. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bei einer neuen Folge von Sticks Shards of Darkness. Wir sehen uns bei einer neuen Folge von Sticks Shards. Wir sehen uns bei einem neuen Folge von Sticks Shards.